Das hier ist die Game Capture HD von Elgato und die macht das Aufzeichnen von externen Videoquellen ziemlich, ziemlich einfach. Ihr habt es eh ziemlich einfach, Kinder, ich bin noch in der Zeit groß geworden, da musste man fette Capture-Karten in Tower schieben und mit Kabeln hantieren und ah, es war grausam. Diese kleine schwarze Box benötigt nicht mal Strom, den holt sie sich über USB, dann kommt auf der einen Seite Komponente oder HDMI rein und das wird dann durchgeschliffen, das Signal an einen Monitor, um Verzögerungsfile spielen zu können, also HDMI raus auf der anderen Seite. Lässt sich aber auch der Computer anschließen und dann wird über USB einfach ein Videofile erzeugt, MP4-Container mit H.264 und Stereo-Sound und dann ist es ein Traum für alle Entwickler, die irgendwie unterwegs ihre Tutorials machen müssen. Leute, die auf YouTube irgendwie Zeug einstellen für Blogger, die irgendwie tolles Videos und nicht schlecht abgefilmte iPhone-Bildschirme zeigen wollen. 200 Euro, die Box, das ist vergleichsweise günstig, ist wie gesagt sehr, sehr klein, nur irgendwie 150 Gramm oder ähnliches. Man braucht natürlich noch den kleinen Apple-Adapter, den HDMI-Adapter, um halt aus einem iPhone 4S, aus einem iPad 2 oder der neuesten Generation des iPads das Videosignal rauszukitzeln und dann lässt sich das einfach aufzeichnen und in Final Cut werfen und zusammenschnipseln und dann hat man tolles, tolles Video.